Manchmal möchten wir eine Funktion ausprobieren und brauchen Werte zum Üben. Oder wir haben eine Idee, aber keine Werte, um sie zu überprüfen. Zu diesem Zweck benötigen wir Testwerte. Woher bekommen wir aber sinnvolle Testwerte? Natürlich verwenden wir unsere Tabellenkalkulation und generieren uns die benötigten Werte selbst. Uns helfen dabei die beiden Excel-Funktionen Zufallszahl und Zufallsbereich. Die Funktion Zufallszahl generiert eine Zahl zwischen 0 und 1. Diese Funktion hat übrigens keine Parameter. Die Ergebniswerte haben bis zu 15 Nachkommastellen. Damit können wir bis zu einer Billiarde möglicher Werte erhalten. Für die meisten Fälle sollte das ausreichen. Wenn wir eine Liste mit zufälligen Zahlen erhalten möchten, dann nutzen wir die Autoausfüllen-Funktion, um so viele Zufallszahlen zu erzeugen, wie wir brauchen. Wenn wir Zahlen größer 0 erzeugen möchten, dann müssen wir die Zahlen nur dezimal verschieben, bis wir angemessen große Werte erhalten. Die Funktion Zufallsbereich vereinfacht das Erzeugen von ganzzahligen Werten in einem vorgegebenen Wertebereich. Dieser kann zum Beispiel zwischen 1 und 100 liegen. Wir erhalten dann eine zufällige ganze Zahl zwischen diesen Grenzen. Wenn wir zufällige Kalenderdaten erhalten möchten, müssen wir uns daran erinnern, dass ein Kalenderdatum in unserer Tabellenkalkulation nichts anderes als eine Zahl ist. Wir geben also in Excel das erste Datum unseres Bereichs ein, zum Beispiel den 01.01.1960. In eine zweite Zelle schreiben wir das letzte Datum unseres Bereichs, zum Beispiel den 31.12.2005. Jetzt verwenden wir die Zufallsbereich-Funktion mit den beiden Datumsangaben als untere und obere Grenze. Damit wir diese Grenzen festhalten, müssen wir die Referenzen mit dem Dollarzeichen fixieren. Wenn wir die Liste ausfüllen, dann erhalten wir eine Liste mit Zahlen. Wir ändern jetzt das Zahlenformat auf Datum und erhalten zufällige Datumsangaben in unserem Wertebereich. Die Funktionen Zufallszahl und Zufallsbereich liefern mehr oder weniger gleichmäßig verteilte Werte. Manchmal dürfen unsere Werte aber eben nicht gleichmäßig verteilt sein. Um sogenannte normal verteilte Zufallswerte zu erhalten, verbinden wir die Funktion Zufallszahl mit der Funktion norm.inf. Die norm.inf-Funktion hat drei Parameter. Der erste Parameter ist ein Wahrscheinlichkeitswert zwischen 0 und 1. Der zweite Parameter ist der angestrebte Mittelwert und der dritte Parameter ist die Standardabweichung der Verteilung. norm.inf erzeugt einen Ergebniswert, der in der durch den Mittelwert und die Standardabweichung beschriebene Normalverteilung bei der gegebenen Wahrscheinlichkeit getroffen werden würde. Dadurch bekommen wir mehr Werte um den angegebenen Mittelwert herum und weiter entfernt weniger. Wir können die Ergebniswerte durch einen Mittelwert und eine gewünschte Standardabweichung beeinflussen. Der Mittelwert gibt die ungefähre Stelle der Mitte der zu liefernden Werte an und die Standardabweichung gibt an, wie breit die Werte gestreut sind. Ein kleinerer Wert erzeugt eine spitzere Verteilung und ein größerer Wert erzeugt eine flachere Verteilung. Ähnlich wie bei den automatisch generierten Datumsangaben legen wir den Mittelwert und die Standardabweichung fest und verweisen auf diese Werte in unserer Operation. Das Interessante an der Norm.inf-Funktion ist, dass der Wahrscheinlichkeitswert zwischen 0 und 1 liegt. Das ist genau der gleiche Bereich, den die Funktion Zufallszahl als Ergebnisbereich hat. Wir können also das Ergebnis der Zufallszahl-Funktion direkt für den ersten Parameter der Funktion Norm.inf verwenden. So können wir uns zufällige Werte generieren, die eine Normalverteilung simulieren. Zahlen lassen sich wirklich leicht erzeugen. Was aber, wenn wir eine zufällige Reihenfolge von Wörtern erhalten möchten? Dafür brauchen wir einen kleinen Trick. Wenn wir Wörter in einer Liste ablegen und jedes Wort genau einmal in dieser Liste vorkommt, dann hat jedes Wort eine eindeutige Position. Und diese Position ist natürlich eine Zahl. Um die Wörter in zufälliger Reihenfolge zu erhalten, müssen wir nur zufällig Positionen generieren und die Wörter an der entsprechenden Stelle auswählen. Zuerst brauchen wir also eine Liste mit Wörtern. In meinem Beispiel trage ich die 25 am häufigsten vorkommenden Vornamen der Schweiz in die erste Spalte ein. In der zweiten Spalte lasse ich mir 100 Zufallszahlen zwischen 1 und 25 von der Funktion Zufallsbereich erzeugen. Die zweite Spalte enthält jetzt eine Liste mit Positionen. Wir wollen aber das Wort und nicht die Position in der Wortliste. Um das Wort an einer Position auszuwählen, verwenden wir die Indirekt-Funktion. Diese Funktion erlaubt es uns, eine Zellenadresse als Zeichenfolge zu erzeugen und dann den Wert an dieser Adresse abzurufen. In unserem Fall stehen alle Wörter in der Spalte A beziehungsweise in der ersten Spalte. Um einen Zufallswert zu einer Zelladresse umzuwandeln, verwenden wir die Adresse-Funktion. Im ersten Schritt erstellen wir die Zellenadresse, indem wir ist gleich Adresse von B1, Semikolon 1 als Operation schreiben. Rechts daneben geben wir die Operation ist gleich Indirekt von C1 ein. Jetzt erscheint der Name an der zufällig ausgewählten Position. Diese beiden Operationen können wir nun für die restlichen Zufallswerte ausfüllen und erhalten eine Liste mit einer zufälligen Reihenfolge von Vornamen. Es gibt aber einen Haken mit Zufallszahlen, den Sie vielleicht schon bemerkt haben. Jedes Mal, wenn wir die Tabelle oder die Arbeitsmappe verändern, ändern sich auch unsere Zufallswerte. Das kann manchmal lästig sein. Wenn Sie Ihre erstellten Werte nicht mehr verändern möchten, dann müssen Sie zuerst die Ergebniswerte kopieren und dann an einer anderen Stelle mit Werte einfügen wieder einfügen. Fassen wir zusammen. Wenn wir keine echten Werte haben, können wir einfach Testwerte mit der Zufallszahl oder der Zufallsbereich-Funktion selbst erzeugen. Weil Datumsangaben als Zahlen abgebildet sind, können wir einfach mit der Funktion Zufallsbereich und einem vorgegebenen Datumsbereich zufällige Datumsangaben generieren. Wenn wir normal verteilte Werte benötigen, verwenden wir die Norm.in-Funktion in Kombination mit der Zufallszahl-Funktion. Wenn wir zufällige Wortfolgen brauchen, können wir mit den Funktionen Zufallsbereich und der indirekten Adressierung zufällig Werte aus einer Wortliste auswählen. Wir haben jetzt einfache Listen mit zufälligen Werten und zufällige Normalverteilungen mit der Norm.in-Funktion erzeugt. Solche Verteilungen haben nur ein Maximum. Wie würden Sie eine sogenannte Bivariante-Verteilung mit zwei Maxima erzeugen? Schreiben Sie Ihre Lösung unten in den Kommentar. Vielen Dank.